Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Tele-Stammtisch. In der ersten Besprechung dieser Ausgabe geht es um den Film The Farewell. Den habe ich ausnahmsweise sogar auch mal gesehen, aber dann doch nicht an der Besprechung teilgenommen. The Farewell ist ein Film von A24, der auch somit als Oscar-Kandidat gehandelt wird und jetzt auch bei den Globes, glaube ich, die ein oder andere Nominierung erhalten hat. Ihr könnt gespannt sein, wie Max, Mike und Werner über diesen Film sprechen. Sie haben den Film gesehen in Presseverführungen. Wir hatten teilweise einen Pressescreener. Der Werner hat den Film wie immer übrigens auch in einer Sneak-Preview gesehen. Da lief er wohl auch schon bei einigen Vorstellungen in diesem Land. Und ihr könnt sehr gespannt sein, wie uns The Farewell gefällt. Ein Film, den man auf jeden Fall gesehen haben sollte. Im Anschluss gibt es ein Doppel zum Film Peanut Butter Falcon vom lieben Berg und vom Steven. Die sind ja die beiden Jungs vom Podcast Steven Spoilberg. Ein eingespieltes Duo also und die beiden wollten den Film unbedingt besprechen. Einer von beiden, ich glaube, der Berg hat es dann letztlich auch getan und der Steven stellt ihm dann dazu ein paar Fragen. Ja, ein Film, der auch in Konkurrenz natürlich tritt mit in dieser Woche ja eben dem Star Wars Film und ob der Film vielleicht eine andere Zielgruppe anspricht und generell, was euch erwartet, erfahrt ihr in genau deren Besprechung. Ja und im Anschluss gibt es noch ein bisschen Trash im Film Holy Spirit. Das ist ein Film, den haben Max und Andi besprochen. Beide haben den Film gesehen, beziehungsweise einen Großteil davon gesehen und ihn dann doch ganz schön auseinandergenommen. Ich glaube, die fanden den jetzt nicht so mega geil, aber man muss solche Art von Filmen wahrscheinlich auch mögen. Genaueres, also die ganzen Details, hört ihr dann in ihrer Besprechung, die es am Ende dieser Ausgabe gibt. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload könnt ihr uns genau dieses Feedback hinterlassen. Ihr könnt übrigens auch mal auf tele-standtisch.de gehen. Dort gibt es die Möglichkeit zum Beispiel unseren Blog zu besuchen. Auch da gibt es eine Kommentarfunktion. Das sind wirklich viele Möglichkeiten, die ihr nutzen könnt, uns Feedback zu hinterlassen. Das finden wir total toll. Wir freuen uns mega drauf, von euch zu hören. Im Guten wie im Schlechten. Also es ist immer einfach ganz toll zu wissen, dass uns da draußen irgendjemand hört und da könnt ihr einfach mal Kommentare hinterlassen. Wir würden uns außerdem freuen, wenn ihr uns bewerten würdet auf Apple Podcast, auf Facebook, auf FIT, auf Podcast.de, auf Google und auf vielen weiteren Plattformen kann man genau das tun. Das wäre toll und würde den Tele-Stammtisch in dem ein oder anderen Ranking platzieren. Und darüber würden wir uns sehr freuen. Jo, ne, wisst ihr Bescheid und bis zum nächsten Mal. Tschö. Herzlich willkommen zum Tele-Stammtisch zu einer weiteren Filmkritik. Heute bei mir. Mein Name ist Max Sint. Der Werner. Hallo. Und der Mike. Gude. Wir besprechen heute den Film The Farewell. The Farewell wird am 19.12.2019 in den deutschen Kinos erscheinen. Regie führt Lulu Wang. Darsteller sind Aquafina, Zima, Jim Liu, Gil Perez, Abraham und Ines Lai-Mins. Es handelt sich um eine A24-Produktion, die 98 Minuten dauert. Kommt aus den USA und behandelt welches Thema, Mike? Die Eltern Haiyan und Jian sind mit ihrer Tochter Billie vor einigen Jahren nach New York ausgewandert, beziehungsweise aus China ausgewandert. Und Billie erfährt von ihren Eltern, dass ihre Großmutter Nai-Nai an Lungenkrebs im Endstadium leidet. Und anscheinend ist es wohl Tradition in China, dass man seinen Geliebten eben nicht offenbart, dass er tot krank ist, sondern die Familie nochmal zusammenkommt, um eine fröhliche Feier zu veranstalten, beziehungsweise nochmal ein kleines Familienfest zu feiern. Und wir verfolgen dabei Billie, wie sie zwischen den amerikanischen Leben und den traditionsreichen China in einen Konflikt gerät. Ja, das passt. Ich würde sagen, genau das habe ich gesehen. Also für mich war der Film ehrlich gesagt eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Stilen. Ich fand ihn streckenweise sehr lustig, ich fand ihn streckenweise sehr ergreifend, ich weiß nicht, wie ging es euch? Ja, das trifft es auf jeden Fall ziemlich gut. Also am besten hat mir gerade der Humor in dem Film gefallen, aber er hat, wie du sagst, auch seine dramatischen Momente und auch die werden gut in Szene gesetzt und kommen auch wirklich gut rüber. Mike, was meinst du? Ja, genau, also wir haben ja hier ist eigentlich so eine wie so eine Tragikomödie, immer ein paar tragische Elemente, die dann am Ende noch so bissig durch ein bisschen Humor aufgelockert werden. Gerade am Anfang, wenn Billy quasi von ihren Eltern erfährt, dass ihre Großmutter todeskrank ist, wird das quasi mit den Worten erledigt oder abgehandelt, so, ja, sie hat Krebs, Leute sterben nun mal. Und dann, das ist so der erste Schlag in die Magengrube, man kriegt so ungefähr die Richtung gezeigt, in die es sich bewegen wird. Ja, ich fand's halt eben auch interessant zu sehen, wie unterschiedlich in dem Film mit dem Thema und der Situation umgegangen wird. Ich find's auch sehr spannend, dass das ja dann nicht nur der Tod im Grunde genommen das Thema war oder der Umgang damit oder der Umgang innerhalb der Familie, sondern eben auch, also ich find's schon fast perfekt mit eingewoben wurde, immer wieder diese ganzen Culture-Clash-Sachen zwischen China, die halt als größte ostasiatische Nation irgendwie fungieren und eben Amerika, die den Westen oder den westlichen Lebensstil interpretieren. Ich weiß nicht, ist euch das auch so gegangen? Ja, das hat man auch sehr gut erklärt, gezeigt und halt eben auch erzählt und es den Zuschauern ein bisschen deutlicher zu machen. Also diese Unterschiede in der Kultur hat man auch wirklich gut rübergebracht. Ja, kann ich nur zustimmen, später im Dialog mit dem Vater auch, der das so ein bisschen verdeutlicht, wo da auch die Problematiken liegen oder wieso man das eigentlich macht, sag ich mal. Jetzt ist der Film mir eigentlich, als er bei uns jetzt überhaupt angeboten wurde für die Presse-Screenings und für den Stream. Mir war am Anfang nicht wirklich klar, dass es sich dabei anscheinend um einen ernsthaften Oscar-Kandidaten handelt. Habe ich jetzt erst durch die Recherche erfahren. Und ich würde gerne auf zwei Punkte eingehen, die mir besonders gefallen haben beziehungsweise die, die ich als Oscar würdig fand. einerseits das Drehbuch und andererseits finde ich, haben die beiden Hauptdarstellerinnen beziehungsweise Aquafina als Billy und ihre Großmutter Nai Nai fand ich exzellente schauspielerische Leistungen gebracht. Und weiß nicht, wenn ihr Oscar in der Academy wärt, würdet ihr den Film auch irgendwie berücksichtigen? Nein, kann ich direkt so beantworten. Also deine Argumentation bezüglich des Drehbuchs, da kann ich sagen, okay, da hat man definitiv die ein oder andere Stärke, aber das Thema Oscar, nee. Also glaubst du jetzt eher, weil der Film zu klein ist oder weil du die Leistungen nicht, sagen wir mal jetzt verglichen mit den anderen schauspielerischen Leistungen, die es dieses Jahr gab? Vor allem bei den Frauen, also Oscar würdig fandst. Genau, genau das meine ich. Also beim Thema Oscar kommt es meiner Meinung nach nicht auf die Größe des Films an, sondern wirklich rein auf die Qualität und da hat der Film dann doch so einige Schwächen, auch wenn ich bisher natürlich nur Positives gesagt habe, aber denke mal, da kommen wir später noch zu. Ja, gut, definitiv. Mike, wie geht's dir? Ja, ich würde jetzt auch beim Drehbuch würde ich auch nicht unbedingt zustimmen. The Farewell macht dann doch an einigen Ecken sich ein bisschen leichter, um nicht richtig anzuecken und den Zuschauer jetzt nicht in ja, niedergeschlagen zurückzulassen, sag ich mal, weil er dann doch immer wieder diese Comedy-Elemente einbaut und das ist eben auch zum Teil das Problem der Charaktere, die dann dadurch, dass die Familie eben so groß ist, auch teilweise ein bisschen flach erscheinen, aber das ist jetzt auch Jammern auf hohem Niveau, ich finde das ist ein toller Film und mir ist besonders aufgefallen der Score, also dieses Jahr haben wir auch ganz viele starke Scores und den fand ich bei The Farewell auch wieder grandios. Da gebe ich dir recht, also Score war stark. Das stimmt, der hat eigentlich immer den richtigen Ton getroffen und war aber auch, ich finde, ich finde es sehr ausgewöhnlich, also es war jetzt nicht so irgendwie so ein klassischer, ja, dass man sich was aus der Schublade rausgezogen hat, was jetzt zu einem Feelgood-Thema irgendwie passt oder zu einem depressiven Thema oder sonst irgendwas, sondern ich fand ihn schon sehr eigenständig, war vielleicht sogar wie so ein zusätzlicher Schauspieler. Ja, also hört man so nicht alle Tage. Der Score war aber auch dann eher, ja, auch eine gute Mischung aus ostasiatischen Einflüssen und westlichen, ja, Instrumentierungen. Ja, auf jeden Fall, den werde ich mir irgendwann mal später nochmal auf Spotify anhören. So, heute sind ja auch die Golden Globe Nominierungen rausgekommen, habe ich gesehen, da war glaube ich The Farewell überhaupt nicht vertreten, was ja eigentlich zu... Beste fremdsprachiger Film und beste Hauptdarstellerin. Echt? Ja. Schande auf mich. Man muss aber immer sagen, bei den Golden Globes wird ja doppelt so viel irgendwie an Schauspielern nominiert, weil ja da die Serien auch noch mit dabei sind. Da kann man das überlesen. Ach, dann war praktisch Aqua Fina als Hauptdarstellerin direkt nominiert. Ja, finde ich auch eigentlich ganz gut. also sie hat ja letztes Jahr kam da Ocean's 8 oder Crazy Rich Asians da ist sie ja ganz gut durch die Decke gekommen, sag ich mal im Comedy Aspekt, aber jetzt zum Drama daher zu kommen ist ja auch schon mal ein Wagnis. Ich meine ich fand halt also ich meine ich mache da jetzt kein Hehl draus, dass ich ihre schauspielerische Leistung halt saugut fand und hätte sie mehr oder weniger als eine meiner Lieblingsdarstellerinnen in diesem Jahr gesehen, blöderweise habe ich am Tag danach Marriage Story gesehen und da wurde sie dann von Scarlett Johansson wieder abgehängt, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich fand, sie hat diese diese Figur echt mit mit sehr viel Leben gefüllt und mit einer richtig schönen Leichtigkeit irgendwie gespielt und auch nicht unbedingt so 0, 8, 15 also sie hat immer was leicht ich will nicht sagen zerbrechliches aber so so was tapsiges ja was sehr sympathisches gehabt. Sie war finde ich auch die einzige die in dieser gesamten Familie mehr oder weniger mit dem Thema so umgegangen ist wie es ich persönlich auch machen würde. Also da sorry dass ich dich da unterbreche aber ich werde in dem Fall das schwarze Schaf spielen müssen weil gerade Aka Fina für mich meiner Meinung nach einfach das schwächste Glied in dem Film ist also sowohl schauspielerisch als auch vom Charakter daher hat mich ja der Charakter einfach gar nicht abgeholt muss ich offen und ehrlich zugeben. Ja okay und woran lags also das ist jetzt wirklich nur rein Interesse aber es gibt hier kein richtig oder falsch sie hat mich einfach nicht abgeholt also irgendwie das Schauspiel habe ich nicht so wahrgenommen wie es alle gesagt haben also neben euch liest man das natürlich auch im Internet bei den Kritiken und so etwas aber ich habe das einfach nicht so wahrgenommen also die Oma hat mir sehr gefallen das vermeintliche Ehepaar in dem Film war auch sehr lustig und gut gespielt die Familie aber gerade die Hauptdarstellerin hat mich am allerwenigsten überzeugt das ist ich finde sehr gut dass es diese Meinung gibt wie ist bei dir Mike also ich fand sie auch super Aquafina im Sinne von man spürt durch sie quasi diesen ja diese innere Zerrissenheit von den amerikanischen Wertevorstellungen die sie jetzt so quasi angenommen hat und dann kommt sie da wieder zurück in diese also der Charakter an sich der ist ja nachvollziehbar also ihre Gedanken ihre Handlungen etc das ist ja alles nachvollziehbar bloß hat es meiner Meinung nach einfach nicht so glaubhaft drüber gebracht wir waren mit drei waren zu dritt im Kino und was das angeht waren wir uns alle einig ah ok siehst du mal echt ohne Witz wie da die Meinungen auseinander gehen weil ich fand sie halt wirklich bombastisch also irgendwie aus irgendeinem Grund habe ich von Sekunde eins mit ihr connecten können ich fand sie halt auch nie ich glaube was mir sehr gut gefallen hat ist dass sie dieses doch sehr harte Thema irgendwie doch nie so richtig überdramatisch dargestellt hat also immer mit so einer ich nenne sie jetzt mal Leichtigkeit Leichtigkeit ist aber das komplett falsche Wort sie war ja natürlich irgendwo zwischen Leichtigkeit und natürlich und ich fand sie halt ganz leicht zerbrechlich immer so das richtige Maß für mich jetzt gefunden und ich kann es aber sehr gut verstehen wenn es einem absolut nicht so geht sorry ich sollte vielleicht kurz anmerken der Film der startet ja erst am 19. Dezember und ich habe ihn deswegen im Kino gesehen weil er bei uns in der Sneak Preview lief also nicht dass sich die Zuhörer wundern Kino obwohl er erst noch läuft ja gut das könnte ja eine Pressevorführung sein also der Film wurde uns ja von vielen Seiten zugetragen da muss man sich eh mal kurz beim Verleih glaube ich bedanken oder bei den Leuten die diese Presse Screenings irgendwie machen also für The Farewell haben wir glaube ich zig Angebote bekommen den im Kino zu sehen und den dann auch noch als Stream bekommen und da muss man sich echt mal bedanken das machen nämlich nicht viele so auf jeden Fall also auch wenn der Film alles andere als perfekt ist muss man wie du sagst dafür auf jeden Fall sehr dankbar sein ich wollte eigentlich nur noch kurz auf die überhaupt auf diese ganze China Sache irgendwie eingehen denn was mir eigentlich auch sehr gut gefallen hat ist dass der Film nie mit dem erhobenen Zeigefinger auf China gezeigt hat obwohl es eine US-amerikanische Produktion ist es gab eigentlich immer eine zumindest eine zweite Meinung die zu verschiedenen Themen irgendwie ins Bild mit reingerückt wurde und da bin ich ehrlich gesagt sehr froh drüber dass das nicht zu so einem in Amerika geht es uns allen besser oder in Japan geht es uns allen besser als in China wurde ich weiß nicht empfindet ihr das auch so oder ja du gab es ja sorry mag du ja dazu gibt es ja auch im Film ein Gespräch dazu im Sinne von dass in Amerika nicht alles gut ist so wie sich das alles vorstellen und in Japan ist genauso wenig es hat auf beiden Seiten eben seine Vor- und Nachteile sag ich mal und hat vielleicht auch damit zu tun weil man kann vielleicht sagen Lulu wie ist sie Lulu Wang das ist ja quasi sozusagen ihre Lebensgeschichte dass es ihr ja quasi passiert ist ja ihre Großmutter sozusagen oder ja genau lose Patienten das ist so als Wiederaufbearbeitung kommen eben eher diese Grauzonen raus anstatt klassisch Schwarz-Weiß einfach nur dann weiß ich jetzt von meiner Seite her gar nichts mehr anzusprechen aber wenn ihr jetzt noch was offen habt dann bitte raus damit in dem Fall würde ich vielleicht einfach mal Richtung Fazit gehen weil wenn ich nämlich mein etwas längeres Fazit los geworden bin denke ich werdet ihr durchaus noch was zu sagen haben dann habe ich kein Problem damit wenn wir das dann hiermit angehen und du auch damit beginnst ich muss zugeben mir hat der Film zwar gut gefallen aber für ja wie soll ich sagen er hatte doch so einige Schwächen also was den Humor angeht der war zwar an einigen Stellen wirklich gelungen also die Oma hat oft für gute Lacher gesorgt oder auch das vermeintliche Ehepaar aber zu wenig Lacher muss ich zugeben als dass der Film damit groß punkten kann und schauspielerisch hat mich die Hauptdarstellerin wie gesagt auch nicht wirklich abgeholt dafür war der Rest des Cars aber gut was die dramatische Seite angeht die ja war auch absolut gelungen wird allerdings eben von der Hauptdarstellerin durchaus runtergezogen weswegen ich den Film nicht mehr als nur drei Sterne geben kann weil meiner Meinung nach zu wenig große Highlights und dafür zu viele kleine Probleme hat ok klingt fundiert ist es auch Mike willst du ja gerne noch ich kann über diese vielen kleinen Fehlerchen hinwegsehen oder werde da ich glaube ein bisschen seicht durchgetragen von der Geschichte denn auch wenn ich sehe dass der Film sich ein bisschen leicht macht durch diese Comedy Aspekte diesen ja diesen tragischen Fall darzustellen finde ich die Mischung doch dass das doch funktioniert und deswegen finde ich im Vergleich auch zu Werner dass Aquafina einen da auch ein bisschen bei der Hand nimmt dadurch dass sie ja in dieser Welt auch fremd ist ja kommen wir dadurch viel leichter rein und können uns auch leicht in sie hineinversetzen deswegen gibt es von mir vier von fünf Reisbällchen wunderbar das sind diese gebackenen Teile oder von denen ich das muss man dazu sagen man kriegt auch einen schönen Einblick in chinesische Esskultur und man weiß nicht immer was auf dem Teller liegt Ja gut mein Fazit ist ähnlich wie das von Mike ich würde vielleicht noch so als kleine als kleine Sache mit anmerken dass mir persönlich auch die Kameraarbeit ganz gut gefallen hat also jetzt alles bloß auf Story und Regie und Schauspielerleistung runterzubrechen mir hat die Kameraarbeit beziehungsweise die Bild Bildsprache sehr gut gefallen wobei man da jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel Spektakuläres erwarten kann weil man doch sehr viel statische Bilder irgendwie hat aber die waren ganz gut komponiert und ja mir als Hobbyfotograf gefällt das dann auch ja ich bin in unseren Gruppenchat reingegangen und hab gesagt vielleicht hab ich den Film meinen Film des Jahres gesehen zumindest was jetzt so dieses Genre angeht würde ich zumindest sagen ich hab einen sehr guten Film gesehen am Tag danach bin ich dann vielleicht ein bisschen wieder runtergekommen von der Schiene deswegen kriegt er von mir insgesamt auch vier von fünf ich würde dann auch sagen Reisbällchen dann haben wir acht Reisbällchen und noch die drei Sterne von Werner dazu ich glaube damit lässt sich ganz gut leben eins habe ich allerdings vergessen zu sagen was allerdings wichtig ist und zwar hat der Film eines der besten Enden die ich je gesehen habe also vom Film an sich da kann man ja halten von was man will aber wenn man dann wirklich den Schluss sieht das Ende dann muss ich wirklich sagen hat mich das gepackt dann war das super gemacht und einfach nur stark also das Ende bekommt fünf von fünf Sternen aber der Rest vom Film wie gesagt nicht ganz gut dass du das ansprichst stimmt jetzt wo du sagst ich glaube das habe ich mir sogar beim gucken noch aufgeschrieben auf einen von meinen 300 Zetteln die hier rumliegen dass ich das Ende sehr gelungen fand weil sich es nicht unnötig in die Länge gezogen hat sondern schön auf den Punkt gekommen ist aber ich fand den Schluss Song der war mir zu gewollt aber egal den habe ich wiederum schon vergessen der fällt auch ein bisschen raus im Vergleich zum ja ja war irgendeine Cover Version irgendwie so ja aber ich weiß es jetzt nicht schaut ihn euch selber an hört ihn euch bis zum Schluss durch gibt es von euch noch irgendwie eine Empfehlung welche Zielgruppe das reingehen könnte und damit Spaß haben dürfte Menschen wenn man den Trailer sieht und sagt ja das ist wirklich genau mein Ding dann sollte man ihn sich auf jeden Fall angucken weil als ich den Trailer gesehen habe da habe ich schon gemerkt okay der könnte ganz gut werden muss ich nicht unbedingt gesehen haben und am Ende ist es eben auch wirklich genauso gekommen dass der Film eingehalten hat was der Trailer versprochen hat und ja ich denke mal danach kann man sich sehr gut richten okay also mir fällt dazu ein mich hat er streckenweise ein bisschen an Lady Bird erinnert auch wenn es keine Coming of Age Geschichte ist und auch eigentlich sonst vom Thema her nichts damit zu tun hat aber so vom Feeling her dass man einfach in so eine kurze Episode einer Person beziehungsweise einer Familie geworfen wird und Lady Bird hat mir damals auch sehr gut gefallen also von dem her glaube ich von meiner Seite her wäre das eine Empfehlung und ja wenn Mike nichts mehr sagen will ich bin ich bin raus er ist raus Mike haben wir raus dann würde ich sagen verabschieden wir uns und bedanken uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Cast bye bye danke auch meinerseits und bis dann ja ciao bis bald Hallo an alle Hörer da draußen heute zur neuen Folge vom Telestammtisch wir besprechen den Film Peanut Butter Falcon aber wer ist eigentlich wir es sind wieder eure beiden Jungs von dem Film und Serien Podcast Steven Spoilberg und mit dabei ist auch der Steven Hallo alle zusammen und die andere samtende Stimme die ihr eben schon in euren Ohrmuscheln gespürt habt das war der liebe Berg ja das bin ich und ich begrüße dich und ich freue mich dass wir zusammen wieder am Start sind in unserem gewohnten Duo ja wie gesagt man kann uns bei unserem eigenen Film und Serien Podcast hören checkt das gerne mal aus aber wir sind ja hier für die lieben Kollegen vom Telestammtisch und wir haben aber auch für uns heute eine kleine Premiere denn wir nehmen diesen Podcast zusammen in einem Raum auf wir können uns in die Augen sehen ja das ist natürlich was ganz besonderes so können wir direkt die Reaktion des anderen ergründen und vielleicht kommt ja das ein oder andere zu Tage was sonst in unserer gewohnten Umgebung mit einem hier und einem am anderen Ende der Leitung nicht so zustande gekommen wäre wir probieren das mal aus ihr seid Live-Zeuge dieses Experimentes für uns und wir steigen jetzt in den Film ein und Peanut Butter Falcon ist ein Road Movie und mit den harten Fakten kommt der Steven jetzt mal um die Ecke der Film wurde gedreht von Tyler Nielsen und Mike Schwarz in den Hauptrollen haben wir Shia LaBeouf Zack Gottsagen und ich hoffe ich spreche das so richtig aus vielleicht heißt der auch Gottsagen keine Ahnung schwer zu sagen und Dakota Johnson wie der Berg schon gesagt hat es ist ein Road Movie mit einem gehörigen eine gehörigen Portion Abenteuerfilm mit drin geht 93 Minuten lang und kommt am 19.12. ins Kino dabei handelt es sich im Grunde genommen um eine moderne Mark Twain-Geschichte und was genau euch in diesem Film erwartet das umreißt der Berg jetzt für euch in seinen wohlgewählten Worten ich hoffe doch also wir haben nicht nur die Schauspieler die Steven gerade genannt hat es sind auch noch ein paar andere Bekannte mit am Start John Hawks ist mit dabei Bruce Dern und für diejenigen die mit Wrestling was am Hut haben Mick Foley hat eine kleine Cameo Rolle aber worum geht es denn also der gute Zack in diesem Film ist ein Down-Syndrom-Mensch der also in einer Einrichtung lebt er scheint wahrscheinlich nicht so gut betreut zu sein von seiner Familie er lebt in einer Senioreneinrichtung andere bessere Betreuung kann man sich anscheinend für ihn nicht leisten deswegen ist er dort zwischen Rentnern untergebracht und die Betreuerin die das Ganze mit sehr sehr viel Herzblut hat ist eben die Eleanor gespielt von Dakota Johnson ja Zack fühlt sich dort nicht so ganz wohl und versucht eigentlich immer wieder dort auszubrechen und das tut er auch eines Tages um nach Kalifornien nach Aden City zu gehen denn er schaut sich jeden Tag mehrmals eine alte VHS-Kassette über einen Wrestling-Typen den Saltwater Redneck an der eine Wrestling-Schule hat und das ist ein großer Traum selber Wrestler zu werden und in dieser Schule das Handwerk zu erlernen und dann großer Star zu werden er haut auf jeden Fall ab und trifft auf die andere Hauptfigur dieses Films gespielt von Shia LaBeouf der ist so ein bisschen ein etwas hängen gebliebener Taugenichts der so einen Tag hinein lebt man merkt so schnell dass er irgendwie eine nicht so tolle Vergangenheit hat dass sein Bruder gestorben ist mit dem mit dem ihm viel verbunden hat der also auf seiner ganz eigenen Reise irgendwie ist und vor seiner Vergangenheit davon läuft ja und er verscherzte sich auch gleich zu Anfang des Films mit zwei Rednecks der Sonderklasse die also wirklich ihm dann auf den Kieker haben und so treffen sich die Wege dieser beiden Flüchtenden und ja die sind dann ein Duo wider Willen anfangs und reisen dann durch die Sümpfe auf den Weg eben zur Wrestling Schule ja danke lieber Berg für die Inhaltsangabe zum Film wir haben ja schon gesagt es ist ein Roadmovie und man könnte ja auch sagen und vielleicht hat ja der eine oder andere das jetzt auch schon durch die Inhaltsangabe gemerkt es ist auch ein Stück weit so eine Buddy-Freundschaftskomödie also am Anfang ja da sind die beiden sich nicht so grün der Sekt der hängt sich so ein bisschen ran an an Tyler und sie kommen sich immer näher und da stellt sich ja als allererstes die Frage wie machen die Hauptdarsteller das was ist dein erster Eindruck gewesen wie würdest du das jetzt schildern funktioniert das ist die Chemie gut klappt das oder sagst du hätte besser sein können also kurz bevor wir den Film zusammen geschaut haben haben wir festgestellt dass wir keine riesen Shia LaBeouf Fans sind und im Prinzip auch dazu kommt dass der gute Shia ja anscheinend auch irgendwie sehr sehr schwierig ist an diversen Filmsets dass er sich immer seltsam verhält und auch gerne mal irgendwo rausfliegt oder vom Set geworfen wird deswegen waren wir ein bisschen skeptisch aber für mich hat sich am Anfang eigentlich gleich irgendwie Sympathie eingestellt muss ich sagen und vor allen Dingen der also in diesem Film sein Schauspiel-Debüt hat der Zack Gott sagen der also den Zack auch spielt er heißt also gleich ist halt wirklich einer der Down-Syndrom eben hat und der macht das absolut klasse und die Chemie die sich zwischen beiden im Verlaufe des Films entwickelt die aber auch am Anfang schon echt gut ist funktioniert von vorne bis hinten also ich kann dir dazu 100% zustimmen auch ich bin kein großer Shia LaBeouf Fan gewesen vielleicht ist ja jetzt ist das ja jetzt der Anfang denn hier zeigt er eindeutig und das hat er ja durchaus auch schon vorher gezeigt dass er schauspielerisches Talent hat und er macht das wirklich wirklich sympathisch auch der Zack auf der anderen Seite das funktioniert für mich klasse auch wenn es dann später ein bisschen ja also die Freundschaft sich weiter festigt die beiden näher zusammenrücken das wirkt irgendwie authentisch das geht ein Stück weit ans Herz und genau das ist es ja was so ein Film am Ende ausmachen sollte also wenn das nicht klappt dann verfehlt der Film seinen Sinn und da das hier wirklich sehr gut funktioniert kann man schon mal auf diesen Posten des Films sagen top das hat funktioniert das ist klasse also da bin ich richtig froh drüber dann haben wir ja die andere Hauptrolle Dakota Johnson die die Eleanor spielt ich finde die hat das auch richtig solide gemacht ich würde jetzt nicht sagen dass das irgendwie die beste Rolle ihres Lebens war aber sie hat uns ja auch schon vorher in Suspiria sehr überzeugt und auch dort hat sie gezeigt dass sie schauspielern kann und ich finde auch hier zeigt sie dass sie sich dem Fifty Shades of Grey Image durchaus entreißen kann was ist deine Meinung dazu? das geht mir ganz genauso die Rolle die sie in diesem Film hat ist quasi so ein bisschen der Fels in der Brandung für die ganze Handlung sie ist so die Vernünftige die eben den beiden dann hinterher reißt weil sie von ihrem Chef verdonnert wird den entflohenen ja Patienten eben wieder einzusammeln und sie kommt den beiden halt auf die Spur und versucht sie natürlich zu überzeugen dass der Zach eben Betreuung braucht und zurück in die Einrichtung muss und das zeigt ganz gut diesen unterschiedlichen Ansatz wie geht man mit Behinderten eben auch um das ist ganz verschieden auch dargestellt sie ist eben eine total fürsorgliche die ihn unbedingt beschützen will und das eine Schande eben findet dass er nicht richtig betreut wird seinen Betreuungsaufwand den er eigentlich benötigt entsprechend und versucht halt ihn zu bemuttern das tut sie halt auch eben ein bisschen übertrieben und der Tyler mit dem er eben durch die Gegend reist der macht das halt ganz ganz anders der behandelt ihn wirklich wie einen völlig normalen Menschen geht eigentlich überhaupt nicht auf seine Behinderung ein und versucht ihn halt eben der Selbstständigkeit irgendwie beizubringen und das funktioniert total gut das wird immer gegenübergestellt und sie überdenkt dann auch ein bisschen ihre Einstellung und sichtlich geht es eben dem Sekt damit halt auch sehr sehr gut und das finde ich kommt ganz gut rüber und das ist auch die Funktion ihrer Rolle einfach diese andere Seite zu zeigen und ein bisschen die Vernünftige und der Ankerpunkt zu sein also ich finde auch diese Beziehung zwischen zwischen Sekt und Tyler die zeigt halt richtig wie solche Leute halt aufblühen können das sind nicht Menschen zweiter Klasse sie wollen genauso behandelt werden wie andere Menschen auch und ein weiteres Thema was ja dann auch angeschnitten wird und was ja auch durch diese Wrestling Thematik direkt mit reingebracht wird ist ja dieses Thema von Held und Bösewicht und Gut und Böse ich finde das wird in einer Szene auch sehr schön aufgegriffen wo die beiden halt übereinander reden naja was sind wir denn eigentlich oder was möchten wir sein also der der Sekt der sagt halt er möchte der Bösewicht sein weil seine Familie ihn verlassen hat also man sieht halt auch dass er dort irgendwie psychisch auch stark vorbelastet ist und kommt dann halt ins Gespräch mit Tyler darüber naja was ist denn jetzt überhaupt was ist gut möchtest du der Bösewicht möchtest du der Gute sein und Tyler glaubt halt an ihm dass er halt auch der Gute sein kann und ich finde das ist wirklich schön schön dargestellt dass sowas halt auf zwischenmenschlicher Ebene halt gut herausgearbeitet werden kann wie siehst du das? ja ist auf einer auf jeden Fall einer der wichtigeren Aspekte es geht eben da drum dass das im Herzen einfach funktioniert dass man selber sich überlegt okay ich versuche einfach so gut wie möglich zu sein und das funktioniert in dem Film ganz klasse und jetzt fragt sich bestimmt auch mittlerweile jeder warum heißt der Film eigentlich Peanut Butter Falcon das ist ganz gut erklärt es gibt also eine Stelle in dem man eben darüber nachdenkt wie man diese gute oder böse Figur als Wrestling Star eben verkörpert und dass das nicht unbedingt was mit der Realität zu tun hat und deswegen braucht man einfach auch einen Ringnamen und daher kommt dann eben diese diese ganze Diskussion was präsentiere ich eben im Ring was präsentiere ich im normalen Leben von mir spiele ich eine Rolle und das ganze natürlich verknüpft mit diesem Show Aspekt im Wrestling Geschäft und da kommt es eigentlich zu einer lustigen Szene wie fandest du die ja wie viele andere Szenen fand ich die auch sehr sehr herzerwärmend und auch lustig haben sich halt einfach gefragt naja wie könntest du denn heißen also so fängt die Szene im Grunde genommen an dass Tyler Sek fragt was glaubst du denn was ist denn dein Name und er sagt ich bin der Falcon aber beide merken da fehlt noch ein bisschen was und da der Sek halt so auf Erdnussbutter steht und sie halt auch Erdnussbutter mit am Start haben kommen sie dann zu dem Namen der Peanut Butter Falcon und er kriegt dann auch direkt so eine Art Kostüm das sie aus Ästen basteln ihm anlegen und dann auch die Erdnussbutter wie eine Kriegsbemalung ins Gesicht malen es ist dann auch so diese Szene wo wo Sek so ein bisschen über sich hinaus wächst als er so einen riesen Stamm nach oben ins Feuer stemmt sie sind also gerade am Strand und machen dort ein Lagerfeuer also es ist so ein bisschen der Start seines alter Egos und auch es symbolisiert auch so ein bisschen diesen Aufbruch weg von dieser sehr eingeschränkten Persönlichkeit eingeschränkt durch dieses Altersheim durch diese ganze Bevormundung von oben herab und dort ja merkt man eigentlich so zum ersten Mal wie Sek sich halt befreit und wie die beiden einen ganzen Schritt aufeinander zugehen Ja super zusammengefasst ich sag mal bevor wir jetzt unsere Schlussfazit ziehen und eigentlich mal die Gruppe festlegen wer diesen Film gerne gucken kann noch ein letztes was dazu gehört ich finde dass die Komik in diesen Filmen sehr sehr gut geworden ist obwohl ja beide durchaus tragische Hintergründe haben und eigentlich die Tatsache dass sie eben so allein draußen in der Pampa so auf der Flucht sind sozusagen was eben sehr stark an diesen Mark Twain Ansatz erinnert diesen Huckleberry Finn Story dass die so ein bisschen im modernen Gewand hier daherkommt das zeigt dass die Komik eben trotzdem immer nicht zu kurz kommen kann oder sollte und da habe ich so stark das Gefühl gehabt dass die sehr sehr gut eingebettet wurde in dieses eigentlich tragische Gerüst auch da stimme ich vollkommen zu ich finde auch dass die Komik nicht zu stark eingesetzt wurde sie hatte einen richtig guten Grad so dass das halt zum Film passt es gab immer wieder Szenen wo man durchaus auch mal herzhaft lachen konnte ohne dass es irgendwie zu albern oder zu abgedreht wird und das Ganze spielt natürlich auch wieder den beiden Schauspielern so ein bisschen in die Karten denn es funktioniert halt einfach zwischen den beiden das sind halt so kleine Gags die halt einfach auch auf auf Dialogebene funktionieren also das ist nichts was irgendwie mit einem Holzhammer in einen reingeprügelt wird und das steht dem Film natürlich unglaublich gut also auch hier das Ganze ist nicht nur herzerwärmend nicht nur ein Plädoyer für die die Menschlichkeit an sich für das richtige für den richtigen Umgang mit behinderten Menschen behinderten Menschen sondern da ist alles drin was so da zugehört Ja das mal an der Stelle noch zum Humor der wirklich sehr gelungen ist hat mir auch super gefallen waren viele Fingerspitzengefühl Momente es waren emotionale Momente dabei also da ist von allem was drin und alles mit der richtigen Dosis wie ich fand der Film eckt also nirgendwo so wirklich krass an dass man sagt okay das war nicht so gelungen da ist halt wirklich viel schönes mit dabei das war schon fast so ein kleines Fazit ich würde mal sagen Steven du beginnst mal mit deinem und ich schließe das Ganze dann mal ab ja also ich würde sagen jeder der auf Herz erwärmende Road Movies und so ein Stück weit auch Coming of Age Filme also alles was irgendwie so ein bisschen auf die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit abzielt was kurzweilig ist aber auch ein bisschen tiefgreifende Aspekte hat der ist hier wirklich gut beraten diese 90 Minuten sind vergangen wie im Flug es sind tolle Schauspieler es ist ein tolles Setting wir beide stehen auf dieses Redneck Hinter Velbla Setting die Musik dazu die passt auch wirklich sehr gut also es gibt eigentlich nicht viel zu bemängeln von daher ist das für mich ein äußerst gelungener Film in dem ich 4,5 von 5 Punkten gebe ja das ist schon mal eine sehr sehr hohe Wertung ich habe es gerade schon angedeutet es ist also wirklich ein Film der eigentlich sehr 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 vieles richtig macht wenn man irgendwas bemängeln wollen würde dann könnte man sagen die Geschichte ist etwas gerafft an manchen Stellen es gibt ab und zu mal so Sprünge wo eine gewisse Entwicklung halt sehr sehr schnell geht bei den Charakteren also der Sprung von die mögen sich am Anfang nicht so richtig und sind mehr oder weniger zwangsweise zusammen bis wir sind eigentlich total tief seelisch verbunden die geht sehr rasant schnell das kann man vielleicht noch sagen und auch die die Eleanor von Dakota Johnson gespielt die ist auch recht schnell mit dabei dann auf einmal das ist also alles so ein bisschen zusammen konstruiert das wäre das einzige was man bemängeln müsste ansonsten ist es wirklich ein total herzerwärmender Film der neben Humor auch die richtigen ernsten Themen mit viel Fingerspitzengefühl anspricht kann also jeden empfohlen werden der einfach eine schöne Geschichte sich angucken will mit super Schauspielern das kann man immer wieder nur sagen auch der wie gesagt an Trisomie 21 leitende Schauspieler macht das ultra ultra klasse überhaupt nicht dass man sich über den irgendwie lustig macht oder irgendwas der macht das einfach genial und deswegen würde ich mich sogar anschließen irgendwo so ich gebe mal 4,25 von 5 Sternen wir sind nämlich normalerweise die 10er Skala gewohnt da wäre es also eine ganz saubere 8,5 ja also wir hoffen dass wir euch einen kleinen Einblick in ja ich würde sagen so dieses diesen kleinen Geheimtipp geben können konnten denn also ich hatte das Gefühl wirklich viel Werbung wurde dafür bis jetzt nicht gemacht das dauert ja noch bis der Film ins Kino kommt und ja ich hoffe dass einige den schauen werden denn er hat es auf jeden Fall verdient und würde jetzt die letzten Worte an Berg übergeben ja vielen Dank dann machen wir das vielen Dank an alle die zugehört haben bleibt weiterhin beim Tele-Stammtisch dabei und natürlich ganz uneigennützig wie immer bleibt gerne auch mal bei unserem Podcast hängen Steven Spoilberg findet ihr überall wo es Podcasts gibt außerdem bei YouTube Apple Podcast Deezer Spotify alles mögliche lasst da gerne mal ein Like da hört mal rein wir sind wieder da eure Host sozusagen und wie wir das dort immer machen verabschieden wir uns diesmal auch wieder hier mit den Worten Tschüss Ciao und Goodbye bleibt Spoiler frei Tschüssikowski Cheerio Herzlich Willkommen Tele-Stammtisch Zuhörer eine weitere Filmkritik aus dem Hause München zu einem der besten Filme dieses diesen jeden aller Zeiten der Film heißt Holy Spirit und wird am 19.12.2019 in die deutschen Kinos oder sagen wir es so auf die deutschen Kinos losgelassen Regie führt Mike Baran und die Darsteller sind Tom Schuster Michael Förster Stephanie Mendoni Matthias Kostia Franz Westner wir sind im Bereich Komödie Thriller Satire Trash Arthouse Arthouse irgendwas in der Art und ja das Ganze dauert 94 Minuten und hallo Andi ja hi hi ich komme immer durcheinander immer wenn ich an den Titel gut dass du sich jetzt nicht versprochen hast aber ich habe den jetzt unter Holy Shit oder Holy Fuck abgespeichert irgendwie das ist vielleicht ist das schon zu viel Foreshadowing aber wir haben den beide gesehen zumindest ich zu zwei Dritteln und du hast dich komplett durchgekämpft und ich weiß nicht in welchem Genre wir uns befinden und vorher ein kleiner Disclaimer das ist kein Film der der jetzt mit anderen Größen wie Dr. Sleep The Irishman verglichen werden sollte sondern wir sind im Bereich des Biowarischen New Trash Genres gibt es das ich weiß es nicht ich erfinde das jetzt nach dem großen Erfolg von Schmucklos kommt jetzt der zweite Anwärter auf die weiß nicht ob das die bronzene Himbeere in Silber ist die weißblaue Himbeere die weißblaue Himbeer Weißwurst in süßen Senf erzähl mal doch ganz kurz um was es da geht wenn überhaupt möglich ist ja und wieder wie bei Schmucklos auch schon geht es um Schnaps aber ich versuche es erst gar nicht das selber mit eigenen Worten zu beschreiben ich lese hier mal kurz auf der Film Homepage holyspirit der film.de lese ich einfach mal diese zwei drei Sätze vor weil ich kriege es glaube ich nicht besser hin hier ein geheimnisvoller junger Mann vom Lande wird von einer Werbeagentur angeheuert um als Jesus Darsteller für eine bayerische Whisky Marke Werbung zu machen er steigt zum gefeierten Medienstar auf doch auf der Höhe seines Erfolgs wird er in eine bizarre Mordserie verwickelt ja Punkt wenn es halt nur das wäre ne ja man folgt eigentlich anfangs also der Hauptdarsteller ist eigentlich dieser Chef dieser Werbeagentur und der fährt halt irgendwie aufs Land um sich da so einen antiquierten Tisch abzuholen und da sieht er dann hinten im Schuppen den Sohn dieses Bauern weiß ich nicht und hat da eine Eingebung erscheint in mein Licht und ja die geniale Idee diesen Schreiner Jüngling der eben so aussieht wie Jesus als Testimonial für seine neue Whisky Kampagne zu buchen Ja Die Sprachlosigkeit über diesen Film sagt mehr aus als alle Worte Gut versuchen wir uns doch mal filmkritisch damit auseinander zu setzen dafür sind wir ja da wir sind höchst professionell gut also Mike Baran ist der Regisseur und der sagte uns beiden vorher nichts der hat so wie es in diesem Film wirkt mal ein Drehbuch geschrieben sich ein paar Freunde zusammengesucht Finanzierung durch Ottfried Fischer erlangt Crowdfunding und ein Verein unter der Leitung von Ottfried Fischer der auch einen Gastauftritt im Film hat auf den wir später können und na gut so wurde der Film dann gedreht und hat irgendwie die Anmutung zwischen Hobby Produktion klassischen klassischen B Movie ich meine er sieht an allen Ecken und Enden einfach nicht aus wie etwas das ins Kino kommen sollte ja das habe ich mich auch gefragt und ich schaue jetzt zwar schon viele Filme und so aber ich bin jetzt technisch nicht so richtig drin aber es liegt halt einfach denke ich mal an solchen Geschichten wie Color Grading oder weil die werden ja auch keine Quatsch Kameras gehabt haben oder so aber wie du schon gesagt hast es sieht einfach aus es sieht nicht aus als hätte da jemand was fürs Kino gemacht oder so sondern eher halt so mit der Heimvideokamera sich in Bayerischen Wald Oberbayern rumgefahren es kann überall ja und allein schon diese also das ist mir auch am Anfang aufgefallen wie komisch also ich hab dir noch geschrieben kurz hey hat das jemand mit iMovie geschnitten weil ich hab letztens erst was mit iMovie geschnitten und diese Übergänge und so die kamen mir sehr vertraut vor also man muss sich das wirklich vorstellen strecken weil sie hat man so Bild über Bild Übergänge die keinen Sinn machen die ja erstens mal also in dem Film macht sehr wenig überhaupt irgendwie Sinn wir haben da sechs Szenen in denen eine aber ich weiß nicht sie wird von luft penetriert räkelt sich auf einem seiden oder samten laken ja sie haben es versucht so zu drehen dass man eigentlich jetzt nur sie sieht und dass der Täter jetzt nicht gesehen wird dann ist ihnen aber nicht gelungen zu vertuschen dass dann auch wirklich keiner set war man sieht halt dass da keine zweite Person ist aber sie tut trotzdem so als wäre da jemand könnte natürlich auch sein dass wir zwei einfach zu blöd sind um sowas zu verstehen diese Option besteht auch denn der Film hat 61 Anführungszeichen 61 Festivalpreise gewonnen ich habe für diese Szene auch noch einen Interpretationsansatz wegen dem Ende das du ja nicht gesehen hast vielleicht liegt es daran aber dazu kommen wir später aber wir sprechen ja hier von der Frau die ermordet wird also es gibt ja eine Leiche und der Film verwandelt sich so nach 30 Minuten von einer ich würde sagen sehr ähm ja wie nennt man das Altern Komik Altern Komik ähm in einen Thriller ein Krimi ein Krimi soll soll düsterer sein als er dann im Endeffekt ist und ähm ab dem Zeitpunkt befindet man sich im kompletten Gulasch also da wird es halt auch echt langweilig weil ich fand halt irgendwie auch jetzt der Trailer sah ja auch interessant aus und da hab ich schon gedacht das schaut recht trashig aus das kann lustig werden aber wenn sich halt dann doch eher so eine Langeweile einstellt dann macht es halt auch nicht mal auf diese Art Spaß so richtig lustig zu finden wir haben ja nichts gegen Trash Trash ist eine durchaus willkommene Kunstform auch im Film es hatte schon seine Momente wo ich halt eben durchaus lachen musste und jetzt halt nicht durch die Comedy weil die Comedy fand ich wirklich sowas von blöd also es ging eigentlich nur um Wortwitze zum Thema Jesus und er kann mich kreuzweise und solche Geschichten das verächt und dann haben sie im Film noch über ihre eigenen Witze gelacht und so wo ich auch nicht wusste sollen die jetzt unlustig und blöd sein in dem Film oder soll das jetzt wirklich witzig sein habe ich teilweise nicht rauslesen können ich wusste nicht ob der Film sich ernst nimmt oder nicht und das ist glaube ich kein gutes Zeichen ja in manchen Szenen er will ja dann Thriller und er will ja auch teilweise ich will es gar nicht in den Mund nehmen aber kritisch sein also vielleicht religionskritisch irgendwie also was mich wirklich extremst genervt hat an dem Film war dieses Einstreuen von nackten Frauen in sinnlose Szenen einfach nur dass man da hier noch ein bisschen wir brauchen hier noch eine Prise Busen und wir brauchen hier noch eine Prise Comedy und dann noch ein bisschen Blut und ich meine die Schauspieler sind keine dabei ich meine das wissen die wahrscheinlich selbst dass das irgendwie Laiendarsteller waren ich weiß bis auf Ottfried Fischer der übrigens als Buddha eine sehr passende Rolle hatte am grausamsten fand ich ja wirklich diesen Polizeikollegen also nicht den Hauptkommissar der war jetzt auch nicht top der mit der schlechten Krawatte es gibt zwei Polizisten einer hat eine schlechte Krawatte der andere in den schlechten Bart also immer wenn der länger als einen Satz gesprochen hat wurde es echt unerträglich das war krass jetzt würde ich es echt gerne ich mache mal hier nebenbei kleine Notizen noch wir müssen den Film wahrscheinlich echt aufdröseln also Regiearbeit Mangelhaft ich weiß gar nicht ob die überhaupt stattgefunden hat denn der Regisseur spielt ja selbst auch mit er ist schläft im Auto er ist der Beifahrer und Satan und Satans Gehilfe da bin ich mir noch nicht so ganz sicher streckenweise weiß man das nicht durch die vollkommen geniale Kostümierung ja das also Regie mäßig war halt einfach dieser Genre Mischmasch irgendwie total blöd und so ja wie du schon gesagt hast so hintereinander also wenn das jetzt zu einem coolen Mix vermischt gewesen wäre dann könnte das ja funktionieren aber hier hast du halt echt so die ersten 10-15 Minuten hast du halt so eine Heimat Film Comedy keine Ahnung dann so eine Art dann dachte ich es wird jetzt so medienkritisch also dass sie dann halt weil dieser Werbefuzzi halt auch ein bisschen spinnt und so dann Thema Religion noch rein dann wird es ein Thriller am Schluss wird es dann auch so komisch übernatürlich also das war wirklich das Ding ist man sollte echt solche Filme nie als Beispiel nehmen wenn man sagt hey junge Filmemacher oder Filmemacher die neu einsteigen nee das ich hab echt nichts gegen Leute die Sachen ausprobieren da bin ich der Letzte der irgendwas dagegen sagt aber das ist einfach Zeitverschwendung weißt du und ab dem Zeitpunkt wo sowas dann ins Kino kommt und Geld dafür verlangt wird finde ich es halt echt ein bisschen dreist ja vor allem hast du so Szenen weil der wollte irgendwie dann so alles sein erinnerst du mich ich hab dir dann mal so ein Foto geschickt wo ich bei dieser einen Szene da dachte ich mir zuerst was zur Hölle da siehst du nämlich wie sie diesen Deal abschließen diesen Werbedeal dann Cut und dann feiern sie eine Party und auf dem Tisch steht ein Sekt oder eine Champagnerflasche und auf der Flasche steht Schnitt Penthouse Party ja okay also das gut dass das da dachte ich mir so okay was zur Hölle und dann die mussten halt streckenweise Texteinblendungen machen um zu wissen was da jetzt überhaupt passiert nee beziehungsweise man bräuchte es gar nicht aber die haben es halt einfach vorsichtshalber nochmal gemacht damit man wirklich weiß was jetzt passieren wird ich dachte das wäre so ein Metagang gewesen aber aber vielleicht ist wie gesagt es kann unter Umständen wirklich sein dass wir zwei das nicht verstanden haben was der Film aussagen will aber ja aber dann gab es ja so Szenen Entschuldigung es gab halt dann so Szenen die da steht er im Bad und telefoniert und man versteht von dem Telefonat eigentlich überhaupt nichts weil die Musik viel zu laut eingestellt wird ja ja der Sound war unterirdisch ja und im Hintergrund küssen sich zwei Frauen nur dass sich einfach auch zwei Frauen küssen und die schickt er dann raus die schickt er dann raus und dann ist aber noch in der Dusche dann jemand der sich versteckt zukokst also das habe ich auch nicht verstanden ich kapiere es nicht wenn er David Lynch sein will dann das hat er halt auch nicht verstanden das tut so weh aber also ich muss halt sagen es gab schon einige Szenen Hammer also die schaue ich mir auch sofort gleich nochmal an glaube ich das ist meine absolute Lieblingsszene war ja wie gesagt die Freundin des Werbefuzzis wird halt dann abgestochen er wird verhört und ist total sauer dann schnitt dann sitzt er im Auto und es kommt eine furchtbare Rockschnulze irgendwie in Heaven bla 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 und man sieht ihn wieder im Auto sitzen mit dem Regisseur also seinem Beifahrer irgendwie der hat eine Sonnenbrille auf und schläft offensichtlich und der ist tot der ist tot ich glaube der ist einfach tot keine Regung und dieser Hauptdarsteller Typ also dieser Werbefuzzi geht ab und overacted und heult und diese Szene war so geil und dann noch garniert mit Flashbacks zu seiner Freundin wo alles noch schön war wie sie so nackt im Badezimmer sitzt wie sie aber dann auch wieder ganz verliebt lächelt und dann auch eine Szene wie sie auf dem Klo kokst und dann niesen muss also das war wirklich großartig da wusste ich echt lachen aber da wusste ich halt auch nicht soll das jetzt witzig sein eigentlich nicht oder ich habe keine Ahnung ich weiß es nicht also Trash ist halt es ist eine Kunstform den muss man gut machen damit er gut ist es gibt Filme wie zum Beispiel ja das Original Tanz der Teufel das ist ja auch so eine No Budget Produktion Gott kann man den jetzt eigentlich als Trash bezeichnen der wenn Trash sich in Kult umwandelt da sind wir in dem Bereich dieser Film wird sich nie in Kult umwandeln nicht so ganz der wird vielleicht irgendwann mal in Guantanamo gezeigt ansonsten ansonsten weiß ich nicht was das was dieses Filmmaterial für eine Verwendung haben soll auf der anderen Seite ja gut es ist ja manchmal auch ganz schön solche Dinge zu sehen damit man sich drüber auslassen kann ja und besser macht man sowas als jetzt in der U-Bahn jemanden anzupöbeln dann lieber den Film gucken ja also ich mir fällt jetzt halt spontan die eine Szene ein aber sonst fand ich ihn wirklich halt dann doch zu unlustig also die Szene fand ich wirklich Hammer und also auch weil ich nicht wusste ob die jetzt ernst oder nicht sein sollte ich glaube die sollte ernst sein war aber so albern dass du halt einfach totlachen musstest und dann auch die Musik war teilweise so schlecht und dann dachte ich mir so wo kamen die diese furchtbaren Songs raus und dann habe ich noch gesehen dass dieser eine Song ja extra für den Film auch gemacht wurde da gibt es auch einen Videoclip dazu den kann man sich auch auf YouTube mal anschauen den Abspann geguckt also ich habe dann ab zwei Dritteln habe ich dann vorgeskippt wie der Film dann endet schön ist auch dass dann willkürlich streckenweise einfach eine britisch Kurzhaarkatze reingeschnippt die habe ich auch gesehen die in Zeitlupe der Film der Film ganz ehrlich sorry aber der wechselt streckenweise zwischen Zeitlupe und Zeitraffer Vorspulen Zeitraffer genau dann lässt er manche Sachen rückwärts abspielen das ist ich weiß gar nicht in welcher Filmhochschule dass man sowas lernt das ist eine Filmhochschule für Blöde glaube ich ich habe keine Ahnung wer wer das zulässt das digitale das Nullen und Einsen so vergewaltigt ja so hat sich halt auch dieser iMovie Eindruck verstärkt weil bei iMovie hast du dann halt wenn du halt immer die Übergänge machst dann wird dir halt als erstes diese schwarze Überblendung vorgeschlagen die kam halt die ganze Zeit am Anfang und dann später war es ihnen halt dann langweilig und dann haben sie den nächsten Button entdeckt mit den Videoeffekten und da kommt dann halt mal Zeitraffer Zeitlupe das ist als hätte ein Zwölfjähriger gerade das Programm genau so ist es ja genau was mich wundert ich weiß nicht ob es vielleicht im letzten Drittel irgendwie vorkam aber sie haben doch sie haben irgendwo dann auch so mit so negativ gespielt negativbild dass sie stimmt ja den Invert Knopf haben sie auch gefunden ja und es gibt ein zwei so Montagen mit so Theater online sage ich jetzt mal ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern ich glaube die eine ist auch ein Trailer wo ich dachte so was passiert hier gerade das sollte es jetzt das hatte dann schon fast so einen Pseudo-Art-Haus-Anstrich irgendwie keine Ahnung weil die Szenen halt keine Ahnung ich dachte zuerst die sollen jetzt halt irgendwas Interpretationswürdiges darstellen aber ich kam da nicht drauf klar und am Schluss sind Sachen passiert wo ich halt einfach nicht mehr wusste was was ist hier also ich glaube der Typ war wirklich Jesus und der hat mit Satan einen Deal abgeschlossen das ist ja zweiter ich spoiler jetzt den kompletten Film aber okay bitte jetzt jetzt machen wir die Hose auf ich meine das passt auch ja so nie klingen 2000 Jahre Jesus schließt mit Satan einen Deal beim Steinschere Papier spielen dass Jesus Jesus jetzt 2000 Jahre lang leben darf oder so also ist dieser Jesus den wir dann in dieser Whisky Werbung sehen auch der wirkliche Jesus man sieht ja schon eingestreut im Film dass er immer so kleine Wunder vollbringt wo irgendwie keiner er lässt Whisky Flaschen wieder voll werden genau oder verrückt Stühle oder so aus dem Geisterhand aber da geht überhaupt niemand jemals drauf ein der macht öfter mal solche Sachen und weiß auch Sachen die bei den anderen Leuten in der Vergangenheit mal passiert sind was er eigentlich natürlich nicht wissen könnte aber niemand stellt es jemals in Frage das fand ich auch seltsam irgendwie naja und ganz am Schluss ist der Killer dann halt anscheinend dieser Regisseur Typ der die ganze Zeit tot neben ihm im Auto sitzt und nichts macht und der wiederum ist dann anscheinend so der Gehilfe von Satan weil am Schluss sieht man noch Satan und Gott die sich so ähnlich wie bei in China essen sie Hunde auch nochmal treffen und dann halt sagen ja gut gemacht oder so und dann ist der Film vorbei und ich dachte mir nur so was zur Hölle ist jetzt gerade hier passiert ich glaube die wussten nicht was sie mit dem Film anfangen sollen und haben am Schluss einfach den totalen Abfuck abgefackelt das ist typisch für mich so ein Film der ist dann auch im Schnitt irgendwie entstanden die haben erstmal so keine Ahnung 10 Tage lang einfach Sachen aufgenommen und dann mal geguckt wie man sie zusammenschneiden soll oh Gott aber was du gerade angesprochen hast das stimmt schon der hat auf mich auch immer wieder so gewirkt als würde er Filme die dem Regisseur vielleicht selbst gut gefallen immer wieder so in Szenen zu kopieren dann kommen wieder die Obligator irgendwo kam doch auch so diese Obligatorische Italo-Western-Sequenz ich glaube auch als Jesus am Kreuz hängt und dann löst er sich vom Kreuz zündet sich eine Zigarette an und dann kommt dieses Spiel mir das Lied vom Tod ja Midi-File ja ich weiß es nicht Gott Gott ja die Musik also der das war auch einfach so ein Overkill ich glaube da hat er irgendwie seinen inneren Tarantino rausgelassen dass er halt so viele Szenen wie möglich mit ikonischer Musik unterlegt aber das geht halt auch völlig schief einfach ich weiß jetzt gar nicht mehr was da kommt aber da kommen neben diesen Eigenproduktionen die wirklich unterirdisch sind kommen halt auch noch so so bekannte Sound-Schnipsel einfach um das halt alles so ein bisschen erträglich und cool zu machen aber das geht halt auch nicht ich meine ich sehe hier gerade auf der Seite von was ist das kinozeit.de egal da steht die haben wirklich einen einzelnen Menschen am Schnitt gehabt okay die haben da wirklich Leute echte Mitarbeiter glaubt's gar nicht ich möchte aber noch ganz kurz darauf hinweisen Stefanie Mendoni eine mir zuvor völlig unbekannte Person ist mir jetzt innerhalb der letzten zwei Wochen in zwei meiner Lieblingsfilme 2019 nämlich diesem Holy Spirit und Schmucklos in Schmucklos hat sie eine Wurstverkäuferin gespielt die sich dann in einen der beiden Protagonisten verliebt hat so weit habe ich es bei dem damals nicht geschafft siehst du zusammen sind wir einfach stark und ab jetzt weiß ich dass Stefanie Mendoni oder vielleicht Stefanie Mendoni wir wissen es nicht die neue deutsche deutsche bayerische Trash Queen ist die Jamie Lee Curtis des bayerischen B-Movie Arthaus und ich freue mich schon auf die nächsten Filme mit ihr folgst du dir jetzt ich werde diese Karriere verfolgen und ich wünsche mir dass die Zuhörer das auch machen ja aber das ist doch schön ich glaube dann schließen wir vielleicht auch dieses ganze Debakel hier mit dieser positiven eben Krönung Bavaria Trash Queen wir haben wir haben hier neue Welten eröffnet bekommen das wird das das Jahr 2020 wird eines derjenigen sein mit ja un unvollendeten ne nicht unvollendeten wie sagt man unendlichen Möglichkeiten wenn man für Stefanie Mendozi oder wie ja ich hoffe du kennst den nicht mal hier nach ja ich ich muss da noch ein bisschen rein ja gut okay wir sind jetzt bei der 24 Minuten Marke und Dominik muss sich das anhören ähm Andi am Ende verlangt die Welt von uns eine Wertung jo gerne es fällt mir schwer weil ich eigentlich allein für diese Szene im Auto also diese Trauersequenz mit den Flashbacks war eigentlich super großartig aber der Film hat halt dann doch zu wenig davon und der Humor am Anfang also wo sie dann auch diese Werbespots mit Jesus drehen das war einfach nicht wirklich witzig und auch nicht böse wie hier auf der Presseseite steht oder so oder bitterböse Gesellschaftskritik und Satire war schon chauvinistisch irgendwie vielleicht sexistisch oder ich lass leicht mal weg also irgendwie ich hab mich schon ein bisschen dreckig gefühlt beim Anschauen ja aber ich dachte dann zuerst vielleicht ist es ja die Intention dass halt eben das gerade kritisiert wird an der Werbung und so Augen echt mit Butter zugekleistert also also diese ganzen kritischen Ansätze die kann ich irgendwie echt nicht nachvollziehen weil die waren alle so schwammig und komisch und wurden dann halt auch durch totalen Bullshit irgendwie halt auch so komplett zerstört und der Humor hat nicht funktioniert dann wollte es auf einmal so ernst werden so Thriller mäßig weil am Anfang gab es noch diese Szene von dem Werbefuzzi wo dann seine ganzen Assistenten ihre iPhones rausziehen und dann so total total übertrieben da so drauf rumtippen also das hat sich ja angefühlt das war halt so Monty Python mäßig schon fast also völlig überzogen und Quatsch und so aber das hat der Film halt nicht durchgezogen hätte er das mal gemacht dann hätte man ihn halt als super drübere Satire sehen können aber dann wird es ja mittendrin zu so einem blöden Krimi und am Schluss dann halt so ein übernatürlicher Vollkäse der rote Faden der fehlt der rote Faden das ist kein roter Faden das ist einfach so ein roter roter Kackhaufen also ich finde er hatte für mich schon seine Momente ja die hat er die haben sie immer diese Filme aber ganz ehrlich du würdest dafür kein Geld im Kino ausgeben nee okay ich habe hier auch gerade gesehen weil der Trailer wie gesagt verspricht halt so ein Trash-Meisterwerk oder Feuerwerk oder Geheimtipp ich habe hier auch gerade nochmal gesehen einen von den mir unverständlichen 60 Preisen die er gewonnen hat einer davon ist in Barcelona der für den besten Trailer gewesen da stimme ich vielleicht auch zu der war ja wirklich ganz interessant aber von mir kriegt der Film jetzt einfach mal ich weiß halt echt nicht was dem geben kann eigentlich im Grunde genommen müsste man mit dem und schmucklos jetzt ein neues Genre aufmachen ja und da können die zwei sich bis in alle Ewigkeit battlen wie Gott und der Teufel weil ich kann dem jetzt keine wir geben ihm einfach keine Punkte geben wir ihm geben wir ihm keine Punkte sondern geben wir eine Warnung manchmal mache ich das bei Filmen einfach nur eine Warnung ausgeben der kriegt von mir eine Warnung ja echt also ja ich habe dazu nichts zu sagen die Warnung ist halt echt einfach wenn du dich halt darauf freust dann so Trashigen Filme zu sehen hast du halt auch nicht so viel Spaß ja aber wäre ganz ehrlich dann schau ich mir andere Trashige Filme an wie zum Beispiel keine Ahnung Angriff der 30 Meter Frau ist das überhaupt ein Trashfilm der glaube ich war auch ernst gemeint damals ach komm das ist lassen wir es ja lassen wir es das ist das Ende und zwar das Ende aller Zeiten so wie Gott und der Teufel sich entschlossen haben ihrem Streit ein Ende zu legen so werden Andi und ich jetzt beschließen diesen Podcast oder dieser Besprechung ein Ende zu setzen ja von dem her aus München wir beide können nichts dafür dass solche solche derzeit gehäuft aus der Bayerischen Landeshauptstadt kommen wir verteilen keine Kameras wir sind unschuldig aber da haben wir auch schon einen Film gerade besprochen da gibt es ja durchaus Leute die da entgegenwirken alles gut gut dann viel Spaß beim weiteren Filme gucken bis bald ciao ciao abone abone Vielen Dank.